Ich muss Handcreme kaufen und ich muss Shampoo kaufen und ich muss Zahnpasta kaufen und ich muss Pickelmedizin kaufen und ich muss Deodorant kaufen und ich muss Seife kaufen. Das kostet viel Geld. Das kostet viel Geld. Du brauchst Badezimmerfreund. Badezimmerfreund? Badezimmerfreund ist gut für die Zähne. Meine Zähne sind schön und Badezimmerfreund schmeckt wirklich toll. Ah, guten Morgen. Nein, ein neuer Pickel. Nein. Ah, Badezimmerfreund ist gut für Pickel. Ah, viel besser mit Badezimmerfreund. Auch gut für Pickel. Hallo. Ah, stinkt es? Ja. Nein. Badezimmerfreund, nicht mehr stinken. Badezimmerfreund ist der beste Deodorant. Stinkt es? Nein. Nein. Badezimmerfreund von Nelson, 26. Und meine Hände sind sehr, sehr schmutzig, sind meine Hände. Badezimmerfreund, macht die Hände rein. Badezimmerfreund. Badezimmerfreund. Von Nelson, 26, ist ein guter Shampoo. Badezimmerfreund. Das beste Shampoo. Badezimmerfreund ist mein bester Freund. Badezimmerfreund. 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 Badezimmerfreund.